Wir sind zurück bei Mass Effect, immer noch hier auf Eilos und wir haben soweit alles erledigt, haben die Tür aufgemacht und jetzt werden wir Saren verfolgen. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, dass noch Zeit bleibt, diesen Ort zu untersuchen, wenn der Job erledigt ist. Was sind das für Dinger an der Wand? Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stasis-Kapseln. Wahrscheinlich haben die Proteane vers- Ah, hinten sind die Geht. Gibt es eigentlich eine Karte? Na gut, einfach nur eine gerade Linie. Okay. Die Nachhut haben wir erstmal weggespashed. Oh, was ist da los? Ein Schild. Uh, wohohoho. Wir wollen nicht durchkommen durch das Schild. Eine Falle. Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Hm. Da geht's nicht lang. Da geht's wohl hier lang. Hm. Wo uns das wohl hier alles langführt. Ich habe die Proteaner jahrzehntelang studiert. Aber ein derartiges Gefühl habe ich noch nie verspürt. Was werden wir da unten vorfinden? Was immer es auch sein mag, seien Sie vorsichtig. Wäre dies einfach nur ein Problem. Dann hätte die Saren ebenfalls ausgelöst. Virgil. Da bin ich ja mal gespannt. Sie sind keine Proteaner. Aber auch keine Maschine. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Das ist unglaublich. Ein proteanisches VI-Programm und ich kann es verstehen. Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Sind Sie eine Art Programm mit künstlicher Intelligenz? Ich bin ein fortschrittliches, non-organisches Analyse-System mit persönlichen Abgleichungen von Keisat Aishan, dem Superinspektor der Eilos-Forschungseinrichtung. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als einer Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel. Zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelle-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Wieso hat noch niemand festgestellt, dass die Zitadelle ein inaktives Massenportal ist? Die Reaper haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Geheimnis der Zitadelle gewahrt bleibt. Sie haben eine Spezies wohlgesonnener organischer Verwalter erschaffen. Die Keeper kümmern sich um alle Grundfunktionen der Station. Sie ermöglichen, dass alle Spezies, die die Zitadelle entdecken, die Station nutzen können, ohne die Technologie ganz zu verstehen. Diese technische Abhängigkeit gewährleistet, dass kein anderes Volk das Geheimnis der Zitadelle entdeckt. Nicht bis das Portal aktiviert wird und die Reaper einfallen. Wie können die Reaper im Orkos-Nebel überleben? Wir haben nur Theorien. Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen. So können sie viele tausend Jahre darauf warten, dass sich wieder neue organische Zivilisationen bilden. Aber in diesem Zustand sind sie verwundbar. Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden. Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadellportal aktiviert wird. Die Reaper können den Rad- und die Zitadellflotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadell und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Der Krieg war verloren. Vielleicht hätten die Reaper eine Kapitulation akzeptiert. Es gab keine Aufforderung zur Kapitulation. Unser Feind hatte nur ein Ziel. Die Auslöschung allen fortschrittlichen, organischen Lebens. Über die Zitadell hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportal-Technologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portal-Netzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Wir haben sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden. Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Sie hätten kämpfen sollen. Wir waren wenige Hundert gegen eine galaktische Invasionsflotte. Unsere einzige Hoffnung war, um entdeckt zu bleiben. Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadellportal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Sie waren darauf programmiert, sie zu schützen, nicht sie zu töten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Ich verstehe die Zusammenhänge immer noch nicht. Warum versucht Saren, die Röhre zu finden? Über die Röhre hat er Zugriff auf die Zitadelle und die Keeper. Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadelle-Portal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereine das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkus-Nebel gefangen. Saren kann offensichtlich die Röhre einsetzen, um alle externen Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Das ist richtig. Und wenn er erst einmal drinnen ist, kann er die Kontrolle der Sovereine überlassen. Die Sovereine wird die Systeme der Zitadelle überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Gibt es einen Weg, sie aufzuhalten? In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereine. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Wenn die Reaper im Orkus-Nebel gefangen sind, wie ist dann die Sovereine hierher gekommen? Es scheint wahrscheinlich, dass die Reaper nach jedem Genozid jemanden zurücklassen. Als Speerspitze, um den Weg der Rückkehr zu ebnen. Wie die anderen im Orkus-Nebel hatte wohl auch die Sovereine mehr als 50.000 Jahre im Überlebenschlaf verbracht. Wahrscheinlich hat sie in regelmäßigen Abständen die Situation analysiert. Sie blieb unentdeckt und bewertete den Status der galaktischen Zivilisation. Und als die Zeit gekommen war, wollte sie das Zitadell-Signal aktivieren und die nächste Reaper-Invasion einleiten. Aber dieses Mal hatte das Signal versagt. Die Keeper reagierten nicht. Die Verbündeten der Sovereine waren im Nichts gefangen. Auf sich allein gestellt musste sie herausfinden, was schiefgelaufen war. Die Sovereine ist das größte Schiff der Galaxie. Warum diese geheimen Pläne? Warum greift sie nicht einfach die Zitadelle an? Die Sovereine ist nicht unbesiegbar. Wäre ihre wahre Identität aufgedeckt worden, hätten sich alle organischen Streitmächte auf sie gestürzt. Selbst ein Reaper hätte keine Chance gegen einen solchen Angriff. Aber die Reaper sind geduldig. Sie gehen keine unnötigen Risiken ein. Die Sovereine könnte alles seit Jahrhunderten geplant und sich auf die Suche nach Verbündeten gemacht haben. Und langsam hat sie die Puzzleteile zusammengesetzt und die notwendigen Maßnahmen durch Agenten erledigen lassen. Saren ist der offensichtlichste Helfer der Reaper. Aber es gab wohl noch andere. Die Sovereine kommt jetzt aus ihrer Deckung. Ich weiß nicht, ob sie ihrer Sache sicher oder verzweifelt ist. Aber sie will mit aller Macht das Portal zum Orcus-Nebel öffnen. Was ist mit dem Sender auf Eden Prime und dem auf Vermeier? Welchem Zweck dienen sie? Auf dem Höhepunkt unserer Zivilisation bildeten die Sender ein Netzwerk. Mit Hilfe dieses intergalaktischen Netzwerkes konnten wir Daten in hoher Geschwindigkeit von Welt zu Welt senden. Während der Invasion wurden fast alle Sender zerstört. Aber nach dem Abzug der Reaper entschlossen sich die Überlebenden auf Eilos, das Risiko einzugehen und eine Nachricht zu senden. Wir wussten, dass es wahrscheinlich keine anderen Überlebenden gab. Falls doch, sollten sie von Eilos erfahren. Wir wollten ihnen Hoffnung geben. Also wurde eine Nachricht an das Netzwerk gesendet. Die Reaper hätten das Signal auffangen und diesen Ort entdecken können. Wir hatten nicht wirklich erwartet, dass die Sender noch funktionieren würden. Es war nur ein Versuch. Falls es Überlebende gab, sollten sie von uns wissen. Die Nachricht war nur für unsere Leute bestimmt. Sie war verschlüsselt. Nur organische Wesen hätten sie verstehen können. Aber wir hatten noch immer nicht die Macht der Indoktrination der Reaper verstanden. Wir hatten nicht damit gerechnet, dadurch Agenten der Maschine hierher zu führen, die Sarah. Aber auch sie haben hierher gefunden. Also haben wir vielleicht doch das Richtige getan. Die Reaper haben also die Zitadelle und die Keeper gleichzeitig erschaffen? Wahrscheinlicher ist, dass die Keeper zu den ersten Völkern zählten, die versklavt wurden. Wahrscheinlich das allererste. Vielleicht haben sie gut auf die Indoktrination reagiert. Oder die Reaper haben sie so gezüchtet, dass sie loyal sind. Auf jeden Fall wurden sie eingesetzt, um die Zitadelle zu steuern und zu kontrollieren. Aber die Keeper werden nicht mehr direkt durch die Sovereign oder andere Reaper kontrolliert. Sie haben sich weiterentwickelt und reagieren nur noch auf Signale durch die Zitadelle selbst. Als die Proteaner die Zitadelle-Signale änderten, hatte die Sovereign keine Kontrolle mehr über die Keeper. Jetzt sind sie absolut harmlos. Die Sovereign hat wohl realisiert, dass organische Wesen schwer zu kontrollieren sind? Das klingt sehr wahrscheinlich. Die Keeper haben sich in eine unerwartete Richtung weiterentwickelt. Nicht-organische Diener wie die Gate agieren voraussehbarer. Was ist aus den Überlebenden des Röhrenprojekts geworden? Sie nutzten die Röhre, um Zugang zur Zitadelle zu bekommen. Aber die Röhre ist nur ein Prototyp. Das Portal funktioniert nur in eine Richtung. Sie waren also auf der Station gefangen. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Wahrscheinlich gab es kein Wasser und keine Nahrung auf der Station. Ich fürchte, dass sie eines langsamen, grausamen Todes gestorben sind. Ich weiß nur, dass sie es geschafft haben, das Portal zu schließen. Ihre Gegenwart hier beweist, dass ihre Mühen nicht umsonst waren. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Ganz sicher, Shepard? Wer weiß, wie lange Vigil noch zur Verfügung steht. Die Projektion ist schon sehr schwach. Dies ist vielleicht unsere letzte Chance, an Informationen zu kommen. Die letzte Chance, etwas über die Proteaner zu erfahren. Diese Gelegenheit kommt nie wieder. Es könnte uns nützlich sein. Ich werde Ihnen gerne mit Informationen dienen. Meine Datenbank ist aber darauf limitiert, nur direkte Informationen über Abwehrmaßnahmen gegen die Reaper zu liefern. Ich habe die Datei. Dann los. Derjenige, den Sie Sarah nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt nur Hoffnung, wenn Sie sich verweilen. Mach's gut, Virgo. Ja, da haben wir doch mal eine sehr große Informationsquelle gehabt. Mensch, seit eine Million Jahre töten Reaper schon organisches Leben im Universum. Unzählige Leben wurden einfach abgeerntet. und wahrscheinlich als Lebensmittel. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Denn ich würde sagen, wir haben gut 20 Minuten fast drauf. Wir haben eine Menge erfahren. Bisschen wenig heute gequatscht. Aber ich dachte mir, ich halte einfach mal die Fresse während dieser ganzen Information, damit ihr euch das alles mal schön anhört und ich euch nicht zufällig was spoilere oder so. Ja. Also, ich würde mich sagen, nein, ich würde mal sagen, so rum, genau. Ich würde mal sagen, wir machen für heute Schluss. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinschaltet, hier bei Mass Effect. Und macht doch bitte was Sinnvolles. Ciao.